Ja, wenn man bedenkt, dass wir hier schon über 100 Jahre einen Friseur haben in dem Laden und in dem Haus überhaupt, ist das schon Wahnsinn. Ja, und wir haben auch schon über 30 Jahre hinter uns, seitdem wir das von den Eltern übernommen haben. Wir werden auch alle grauer. Nein, aber wir haben jetzt über 100 Jahre hier das älteste Friseurhaus in Herzberg und seit über 100 Jahren werden hier Haar geschnitten. Bei wem? Wie heißt das hier? Das ist bei Friseur Matschke in der Hauptstraße 51 in Herzberg. Ja, und wir sind jetzt hier, wenn man Friseurkollegen dazunehmen, in der dritten Generation und leiten den Betrieb mit unseren Frauen. Wo sind die? Ja, ich glaube, meine Frau ist auch da. Da kommt meine Frau Heike. Heike habe ich gelernt übrigens zusammen. Ja, genau. Die zweite, die 30 Jahre. Ja, und dann ein paar Jahre später habe ich dann mein Frauchen dazugeholt. Mit Sandrine kommt man hierher. Sie kommt aus einer ganz anderen Branche, aber sie hat es kapiert. Und was kommt noch dazu? Ja, dann kam Carlo, der zwei, der erste, unser Jüngster oder unser Ältester jetzt. Der hat dann auch die Lehre angefangen und fortgesetzt. Und dann kam das Töchterchen anschließend. Die wollte sich auch der Sache annehmen. Und sie hat dann auch noch einen Meister gemacht. Ja, und hat dann die Sarah ausgebildet, unter anderem. Mit ausgebildet. Und dann anschließend kam nach 20 Jahren endlich wieder Susanne zu uns zurück. Weil sie gesagt hat, ihr fährt es mir wahrscheinlich am besten. Und so haben wir das gesamte Team von Professor Matschke zusammen. Genau. Das fand ich schön erklärt. Danke.